heute vielleicht noch mal ganz kurz zu dem thema er besser nicht schwimmen gehen also eben das ist ja nur eine geringfügige veränderung der wetterlage der welle und ich würde sagen besser nicht schwimmen gehen sollte eigentlich ganz was anderes werden hier gerade eine pflanze also die habe ich so auch noch nicht gesehen ich dachte erst warten da hat einer glückchen stehen weil es auch hier eine touristische einrichtung mit ein bisschen also nicht ganz 100 prozent azurianischer flair könnte sein dass der von zu hause mal ein paar pflanzen mitgebracht hat oder so habe ich auch noch nicht gesehen so ein bisschen wieder eben noch botanik machen habe ja gerade die kamera in der hand und die dinge sind sehr gut ausgeleuchtet und ich bin ja eigentlich für jede speinerei offen ok denn in diesem sinne auch hier vielleicht noch mal eben bevor er nicht so viel blüht ist ok bei uns ist halt die grundpflanze eigentlich sieht die pflanze sehr unspektakulär aus ich kenne die pflanze die noch nicht blühen sehen das kann nicht lange dauern die blüte das muss bald wieder vorbei sein weil das wäre mir doch schon aufgefallen ok also in diesem sinne mal eine kleine botanische einlage ich hoffe dass die nicht so lange dauert ich bin wir ja auch noch mal kurz mit anbringen hier jetzt nichts besondere